Für mehr Lebensqualität, Villagasa, euer Markter Wohneigentum, mein Name ist Markus Gerber. Mal bekommt man heute noch eine dreieinhalbsehmer Dachwohnung unter 600'000 Fr. und das noch in einem Neubau. In eurer Dienstung entsteht ein 5-Familienhaus, für das 50 m vor der Bushaltstelle, 100 m vom Vollladen und 350 m vom Kindergarten- und Schulhausempfände. Ihr könnt beim Innenausbau selbstverständlich noch mitreden und eurer Wünsche einbringen. Wenn ihr gerne die Natur habt, im Winter gerne Skifahren, Sommer gehen, Bike gehen, wandern könnt, dann habt ihr hierzu Objekte gefunden, die eure Lebensqualität in jeder Hinsicht steigern. Ihr habt Fragen oder Wünsche Informationen? Für eure Lebensqualität stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. In der Mitte, in der Mitte, die Ihr habt differenziert. In der Mitte, amir mit dem Schrausberg, die ihr habt ja noch ganz in der Mitte. Alles beteend, was für eure Lebensqualität. Norbert Schrausberg, Untertitelung des ZDF für funk, 2017